Ihr wolltet den Final Fantasy XIII zu spielen sehen, wir haben es angekündigt. Wir haben es zum Fall... Wer wohl? Ja, die können mich doch spielen sehen. Aber andere Dinge. Ja, eben. Wir haben es ja schon angekündigt in der letzten Folge. Und heute, das Race. Wer ist zuerst mit Tornado Man fertig? Wir betreten die Stage in... Drei... Zwo... Eins... Go! So, ich hoffe, wir sind einigermaßen ähnlich dran. Das dürfte vielleicht... Wegen Übertragungsdelayung... Vielleicht ein Sekunde Unterschied, aber trotzdem. Ja, da sind wir! Scheiße, ich komme schon nicht auf die erste Plattform. Gut. Ja, geht mal. Was soll ich ja großartig sagen? Ja, wie lieb du mich hast und so weiter. Ich habe dich gar nicht lieb. Du bist im Endeffekt das Schlimmste, was mir jemals auf YouTube passieren konnte. Äh... Äh... Gesicht wieder. Dann nehme ich meine Hand weiterhin, DK. Ist alles klar. Äh... Äh... Und... Nein, ich wollte doch runter... Äh... Äh... So... Ja... Ja... Es geht. Es geht. Nicht sterben gehört. Achso, das ist, weil ich meinen Ton nur höre. Nein! Oh, shit! Hallo, Konowski! Hallo, Konolje! Oh! Ich hasse... Äh... Äh... Ähm... Sagen wir das mal so. Wir haben schon ordentlich Zeit verloren gerade. Äh... Ach, hast du auch gestorben? Ah... Oh, das geht. Ich habe gerade was Schönes rausgefunden. Ach, nee. Die Stelle, wo ich immer sterbe. Oh... 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 Und... 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 Mit... Mit... Daha... Geht in Und... Ja... Moment, ich muss... Gerade scheiße... Nein! Du bist gerade... Boah! Bist du auch gestorben? Nein! Aber ich muss gerade in... Eine gute Position kommen. Boah! Boah! Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Und... Uh... Und jetzt geht es jetzt hier anders rum... Äh... Oh gosh! Ach, das ist nicht wahr. Ich verliere es. Ich bin schon wieder gestorben. Oh nein, nein! Ich bin gerade auch gestorben. War das ein Scheiß? Bist du am Halfwaypoint oder nicht? Ja, bin ich. Scheiße. Aber aus den Wolken ist so ein blöder Regenschirm rausgekommen, den ich nicht gesehen habe, weil da vorhin eine Wolke drüber war. Wir machen das jetzt übrigens so lange, bis der erste von uns Tornadoman. Besiegt hat. An Altersschwäche gestorben ist. Ja, das auch. Oh. Boah! Haha! Verdammt! Ich bin so gut durchgekommen, abgesehen vom Start. Ich bin so gut durchgekommen. Äh, wieso vom Start? Nur mal so nebenbei. Ja, weil ich es nicht geschafft habe, anfangs auf die Plattform zu springen. Stand dann drunter. Nur mal so nebenbei. Du bist auf jeden Fall besser beim Start durchgekommen, weil... Nein! Ich jetzt schon den ersten Game Overscreen habe. Oh mein Gott, ich glaube, das ist hier gerade eine Scheiß-Situation. Oh Gott. Ich habe schon den ersten Game Overscreen gerade. Oh, gute Position. Ich doch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ich verprenne mir gerade sehr viel Zeit. Hier sterbe ich jetzt doch nicht. Ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Jetzt mache ich das in einem Durchlauf. Oh, ich muss mich gerade auch konzentrieren. Vor allem, da ist der Übeltäter von eben. So, ganz schnell. So, behindert mich. So, ich bin beim Boss. Boah. Oh, noch nicht da. Jetzt werde ich aber dem Game Over gehen. Ähm. Über der Wolke muss der Tod so furchtbar ein Einzelstückchen teilen soll. Oh, ich komme nicht durch den ersten großen Raum bei den Magneten. Ich komme da einfach nicht durch. Oh, shit. Ich bin zu blöd heute. Ja. Ja. Wow. No. Ha, 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 ha. Ja, ha, ha. Wow. Wow. So. Ich kämpfe. Ich kämpfe mit meiner ganzen Macht. Gegen den scheiß Übeltäter. Wow. Übeltäter. No? Ja. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Wow. Das ist fies. Ich bin halt nicht in die Stachel gefallen. Äh. Scheiße. Ich bin noch nicht mal durch den ersten. Ich bin noch nicht mal durch den Traum durch. Oh, Gott. Neue Waffe erhalten. Omnibus grün. So, it's time for a blowjob. Ich kann ja noch Magma Man machen. Wenn du. Weitermach. Du Arschgeige. Ja, gut. Wie ihr euch schon erkennen könnt, er hat gewonnen. Ich bin der Schlechte von uns beiden. Ich bin so extrem schlecht vor allen Dingen. Oh nein. Ich bin so extrem schlecht vor allen Dingen. Da ich gleich. Oh, was ist hier? Verdammt. Doch Gott, ich würde niemals seine Finanzamt bescheißen. Verdammt. Verdammt. Nachdem er die Welscherschaft an sich gerissen hat. Da ist mit Sicherheit Dr. Wiley am Werk. Der Finanzberater. Oh mein Gott. Wieso spiele ich das jetzt eigentlich hier noch weiter? Wegen der Ehre. Mach dir keine Sorgen. Ich werde Dr. Leitz Steuererklärung wieder reinwaschen. Du weißt ganz genau, man, dass ich der Ehrlose von uns beiden bin. Ist ja egal. Ich gehe jetzt noch zu Magma Man. Ich kann den überhaupt nicht. Wir brauchen wir schon jetzt. Wir brauchen Welsch. Ich bin der Ball Kadisch. Ich gebe dir ein Besonderes ja auch den censorshipste Sch Jerusalem. Ich gebe gebe dann auf die Vielen Dank.